Keine Pause, Victoria Beckham arbeitet auch auf Krücken Victoria Beckham, 50, lässt sich von ihren Krücken nicht von der Arbeit abhalten Die Designerin muss nach einer Fußverletzung aktuell auf Gehhilfen zurückgreifen Trotzdem gönnt sie sich keine Pause und arbeitet dennoch Das zeigt die Frau von David Beckham, 48, ihren Fans auf Instagram Okay, ich bin auf dem Weg zur Arbeit, immer noch auf einer Krücke, erklärt sie in ihrer Story Ein bisschen Hilfe holt sich das Spice Girls Mitglied dann aber doch, denn sie greift auf ein Stativ zurück Allgemein lässt sich Victoria von ihrer Verletzung im Alltag nicht unterkriegen Nur wenige Wochen nach dem Unfall im Fitnessstudio trainiert sie auch schon wieder fleißig Mit ihrem Gipsfuß ist das gar nicht so leicht, wie sie selbst im Netz klagte Ich habe keine Lust mehr auf das alles Ihre Krücken begleiteten die Mutter von vier Kindern zuletzt auch zu einer besonderen Party Denn Vic feierte ihren 50. Geburtstag Diesen Ehrentag zelebrierte sie im Beisein zahlreicher Promis Neben ihren Spice Girls-Kolleginnen waren auch Eva Longoria, 49, Tom Cruise, 61, Jason Statham, 56, und Rosie Huntington-Whiteley, 37, mit von der Partie Mit vielen Gästen posierte Victoria in einer eleganten Robe Mit Mit蘇phäden Mit An Untertitelung des ZDF, 2020